ja mich hat der siegfried auch angesprochen so zwei monate dürfte das ungefähr her sein das war nachmittags da kam der da in diesen alpenclub und hat mir sekt spendiert hat er mir noch so ein tolles auto gezeigt und sportwagen und hat er mich gefragt ob eine spritztour machen wollen und die haben wir auch gemacht aber der hat jetzt nichts gemacht oder so der war da ganz anständig aber wir haben uns unterhalten und ja der hatte mir schöne augen gemacht naja wollte halt mal bei dem schönen auto mitfahren bei ihm der fährt ja hier immer durch heilensee sieht man den ja